Hallo, ich bin Maggi Margareta Kurzhoch, ich spiele Volleyball in einer deutschen Nationalmannschaft. Und ich spiele auf der Diagonalposition. Hallo, ich bin Maggi Margareta Kurzhoch, ich bin Volleyballspieler des deutschen Nationalteams, der Diagonalspieler. Meine ganze Familie spielte Volleyball. Ich wurde mit Volleyball geboren. Was ist das Problem? Ich denke, dass das ganze Team in Deutschland ist, dass wir sehr emotionaler Spieler sind und ich auch. Ich versuche, immer wieder Spaß zu haben. Ich versuche, einen positiven Gesicht zu haben. Ich versuche, dass es viel helfen kann. Ich versuche, dass es sehr viel zu helfen. Ich versuche, dass es sehr schwer zu spielte Volleyball ist. Ich denke, dass ich alles für meine Sport. Von 11 Jahre alt bin ich nicht. Ich versuche, dass ich 100 Prozent in der Praxis mache. Ich denke, dass es schön zu sehen ist. Es ist auch ein kompliziertes und sehr komplexer Sport. Mit viel Emotionen und viel tactical performance. Was ist der beste Tag in meiner Karriere? Der beste Tag in meiner Karriere ist heute, weil wir die Semifinal der Europäischen Championships gewonnen haben. Was ist der beste Tag in meiner Karriere? Vielen Dank an alle Fans. Wir brauchen dich sehr. Wir sind glücklich, dass du immer mit uns bist. Wir versuchen, das alles zu machen. Auch für dich alles zu gewinnen und einem guten Volleyball zu zeigen. Danke an alle Fans und an alle, die zu Hause sind, Familie und Freunde, die an uns glauben und immer bei uns sind. Wir werden jedes Mal alles geben.